Tanzen statt dem alltäglichen TV-Programm. Du schaust viel Fernsehen und könntest dir vorstellen, statt Fernsehen zu schauen, mehr zu tanzen? Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Hier grüßt dich der Sian, Sian Jerome McCray. Wenn es darum geht, vom Fernseher wegzukommen, habe ich eine starke, große Empfehlung. Ich bin Tanzlehrer, Privattanzlehrer. Alle TV, IHK, World Dance, Concert, Gütesiegel, ausgebildeter Privattanzlehrer und fahre zu Menschen nach Hause. Wie in deinem Beispiel könnte ich zum Beispiel zu dir nach Hause fahren und dein TV-Programm ersetzen. Wenn du dir vorstellen kannst, statt Fernsehen, lieber zu tanzen daheim bei dir, dann lass uns in Kontakt kommen über die 0176 840 44 661. Da können wir dann wunderbar im Gespräch herausfinden, wie wir am besten zueinander passen, zu was für einen Wochentag am besten passt und dass wir im Endeffekt das Thema Tanzen in dein Leben mehr integrieren und den Fernseher dafür austauschen gegen das Tanzen. Ich freue mich auf unser Telefonat. Tut ihr was Gutes und schaue statt Fern eher ins Tanzen. Freue mich auf dich. Lass uns loslegen. Ich freue mich auf dich. Gut. Ich freue mich auf dich.